Hallöchen, meine Lieben. Ich dachte mir, ich gebe euch am Freitagabend, na gut, wir haben es jetzt schon fast Samstag, noch eine kleine Botschaft rein. Ich muss mich noch ein bisschen runterfahren nach dem Dienst und was ist da am besten geeignet? Eine Kartenlegung. Wir gucken mal rein, was ich so zeigen will und wie immer, ich weiß, ihr seid auch langsam leid, aber es gibt ja auch immer neue Menschen, die dazukommen. Aber so eine Legung kann, wenn sie öffentlich ist, mit euch resonieren. Sie muss es aber nicht. Vielleicht passt auch nur ein kleiner Teil. Vielleicht siehst du auch jemanden in dieser Legung, obwohl ich eigentlich für den Zuschauer spreche oder in Bezug auf den Zuschauer spreche. Ja, ganz wichtig, immer auf dem Boden der Realität bleiben. Okay, liebes Universum, was haben wir denn hier für eine Grundenergie am Freitagabend? Das Häuschen. Knusper, knusper, knäuschen. Wer knabbert an meinem Häuschen? Das Schicksal. Also, wir haben hier eine Stabilität liegen, eine Basis. Schicksalkarme Belastungen. Auf dir liegen die Gefühle oder auch der finanzielle Fluss. Auf jeden Fall der Fluss des Universums, sagen wir es mal so. Fülle. Egal ob finanziell oder emotional. Da haben wir die Eulen. Entweder Kommunikation oder kleiner Kummer. Und was kriegen wir noch? Die wollte nicht. Aber ich glaube, das war doch die Schlange, ne? Ja, die brauchen wir auch nicht. Das kleine Glück. Vielleicht war die Schlange auch ein kleiner Hinweis, dass da vielleicht noch eine kleine Verstrickung ist. Aber die spielt keine Rolle. Sagen wir es mal so. Okay, wir klären das Ganze wie gewohnt mit den Tarotkarten. Das Seelenreisetarot, ne? Wie immer alle Infos in der Infobox. Auch der Link, wo ich das herhabe, das ist von Julia Aurelia, findet ihr dort. Ansonsten einfach mal bei Google eingeben. Und natürlich auch der Link zu meinem Online-Shop ist da drin. Die neun der Kelche sind hier ganz komisch rausgeflogen. Das ist Fülle, das ist Überfluss, das ist Liebe, das ist gutes Karma. Okay, oh, das Ass der Stäbe. Ja, es sieht so aus, als wärst du hier sehr eifrig unterwegs. Ja, mit neuen Ideen, mit neuer Energie bist du hier vollkommen bereit, in einen Neuanfang zu gehen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Uh, der Mond auf dem Kopf. Ja, vielleicht ist das das kleine Aber in Form der Schlange, die sich da so ein bisschen gezeigt hat. Der Mond auf dem Kopf, das ist immer so ein bisschen, okay, man hat hier noch Ängste. Ja, vielleicht interpretierst du auch Dinge falsch, obwohl eigentlich alles gut ist. Kann das natürlich sein, dass du gerade mit diesem, es ist alles gut, noch so ein bisschen hagerst. Ja, struggelst. Dass du Angst davor hast, jetzt die Realität auch wirklich anzunehmen. Weil auch das ist ein Hinweis, dass man eben nicht unterscheiden kann zwischen Realität und Illusion. Beziehungsweise eigentlich schon, aber vielleicht denkst du auch nur, es ist eine Illusion, dass hier auf einmal alles so, ja, hochenergetisch läuft. Aber warum sollte es nicht mal gut laufen? Gerade wenn alles gut läuft und wir sagen, oh, das läuft viel zu gut, dann manifestieren wir schon wieder das Negative. Und das ist nicht gut. Deswegen ist zum Beispiel auch so ein kleiner Insider bei uns auf Arbeit. Man darf niemals sagen, es läuft alles. Weil spätestens dann geht es bergab. Deswegen sage ich immer bis jetzt hinterher. Wenn das einer meiner Gegenwart sagt, dann sage ich immer bis jetzt. Bis jetzt läuft alles gut. Ist wirklich so. Ganz schnell das Negative rausnehmen. Ja, der Tod. Das Loslassen. Und, ja, guck mal hier, die Zehn der Kelche. Wunschlos zufrieden, ne? Also, und du bist hier noch im letzten Abschluss. Klar, du hast noch ein bisschen Angst davor. Du hast vielleicht auch Angst vor der Veränderung. Das, was jetzt kommt. Nichtsdestotrotz, der Tod steht fürs Auflösen. Das heißt, hier löst sich definitiv noch der letzte Aspekt auf, der dich noch irgendwo davon abhält, jetzt nach vorne zu gehen. Denn, wie gesagt, du bist hier wunschlos zufrieden. Und wir haben hier auch irgendwo die Verbundenheit, ne? Beide Karten sprechen auch für Liebe. Die Liebe in dir, für dich selbst. Vielleicht aber auch natürlich die Liebe im Außen. Wir wissen es nicht. Noch haben wir hier keine weitere Person drin. Und du bist hier auch mutig und tapfer unterwegs, um in den Erfolg zu gehen, erfolgreich zu sein, ne? Sieben der Stäbe, das ist immer, ich presche jetzt los. Ich stehe für mich selber ein. Ich überwinde meine Mutlosigkeit. Ich überwinde vielleicht sogar auch Neid. Auch das könnte eine Rolle spielen. Dennoch sind die sieben der Stäbe immer dieses Hinweis auf Fortschritt, auf Wachstum, auf die Tatsache, dass du zurück auf den Boden der Realität kommst. Du erdest dich und bist dadurch auch geschützt, weil du so nämlich definitiv unterscheiden kannst, was ist real und was ist nicht. Belastungen rausnehmen, deinem Schicksal jetzt die richtigen Schubs geben, beziehungsweise, naja, nicht den richtigen Schubs geben, sondern dir den richtigen Schubs geben, aber um dein Schicksal neu zu lenken. Damit schauen wir jetzt mal auf dich und auf die Fülle, die hier über dir liegt. Was kriegen wir denn da rein? Emotionale Heilung. Oh, guck mal. Ha, ha, ha. Da ist er ja, der Hühnerschrecker. Der Münzkönig. Jemand sehr geerdetes, bodenständiges, jemand, der seinen Zielen nachgeht, ja, sie auch immer verfolgt. Dadurch haben sie manchmal auch ein bisschen weniger Zeit. Das ist so, wenn Menschen gerade in der Erdenergie sind oder auch in Erdzeichen sind, das kann natürlich auch sein, dann sind sie sehr beschäftigt. Das ist aber unabhängig von deinem Sternzeichen oder von dem Sternzeichen deines Gegenübers. Dieser Mensch ist sehr engagiert, ja, hat auch viel Business, Business, also er selbst oder auch sie, kann natürlich auch eine Frau sein. Dieser Mensch stellt sich natürlich auf die erste Stelle, das ist auch so. Dennoch sind sie auf Langfristigkeit aus. Das heißt, sowohl in ihren geschäftlichen Beziehungen als auch in ihren privaten Beziehungen, sofern sie reifer sind. Das muss man auch dazu sagen, ja. Wenn es eher noch so junge Leute sind, die toben sich auch gerne mal aus. Die haben zwar schon ihr Business im Kopf, aber der Rest, der ist noch so ein bisschen so lala. Aber wenn sie älter sind, dann werden sie auch sesshaft. Und dann wollen sie keine kurzweiligen Vergnügen mehr haben, sondern wollen wirklich langfristige Vergnügen haben. Davon gehen wir jetzt ja einfach mal aus. Und gerade weil bei dir auch die Fülle drüber liegt, sieht es für mich so aus, als wenn dieser Mensch noch so ein bisschen den letzten Aspekt von negativen Emotionen lösen möchte. Oder du löst das bei diesem Menschen. Auf jeden Fall haben wir hier eine Einladung liegen in gewisser Weise, beziehungsweise eine neue Bekanntschaft. Also das hier ist jemand Neues, ja. Also wenn du jetzt hier die ganze Zeit schon an jemand anderes gedacht hast aus deiner Vergangenheit, dann muss ich dich leider enttäuschen. Das ist eine Illusion gewesen. I'm sorry, nein. Überhaupt nicht. Also, Bube der Kelche ist der Hinweis auf die ersten zarten Gefühle, ne. So dieses, man schwärmt für jemanden, lässt sich vielleicht auch auf den einen oder anderen Tag Traum ein, ne. Ist auf jeden Fall freudig, eine freudige Erwartung. Bube der Kelche, das ist auch, ja, wie sagt man, der Zufall. Der Zufall bringt auch ganz oft neue, unerwartete Wege. Vor allen Dingen auch in Sachen Liebe. Der Bube der Kelche ist aber auch dieses offene und fröhliche Herz, ja. Also hier ist auf jeden Fall die Offenheit drin. Und letztendlich ist hier mit dieser Partnerschaft auch in gewisser Weise, egal ob für dich oder für die andere Seite oder vielleicht sogar für euch beide, ja, die Chance gegeben, letztendlich emotionale Stabilität wiederzufinden, ja. Notwendige Einsichten hier zu gewinnen, auch auf Verstandesebene, um einfach negative emotionale Blockaden komplett loslassen zu können. Drei der Schwerter sind nicht ohne Grund drei Schwerter. Es ist Kommunikation. Es sind mehrere Menschen, ja, die miteinander agieren und so dementsprechend auch Herzheilung betreiben können. Sehr schön. Was switchert denn hier von den Dächern dieser Angelegenheit, oder? Ich kriege gerade rein noch eine Klärungskarte. Okay. Gut, dann machen wir das. Die Hohe Priesterin. Okay, dann muss ich dir aber auch noch klären, warum die Hohe Priesterin. Ah, okay. Also, die Hohe Priesterin ist zwei. Also, wichtig ist hier das Thema Misstrauen. Und ich denke wirklich in dem Fall bei euch beiden, aufgrund von schlechten Erfahrungen, das Ding ist, bringt hier wirklich eure Identität ein, also ihr beide, ja. Ja, macht es euch nicht schwerer, als es, als es, als notwendig ist, ja. Weil die Vier der Stäbe, die stehen einfach schon für eine stabile Beziehung. Ne, Stabilität in euren Häusern, ja. Und eben auch für eine stabile Partnerschaft, für die Freude, für einen Meilenstein. Das heißt, diese vielleicht zufällige Begegnung, vielleicht auch auf einer Feier, jetzt am Wochenende oder nächstes Wochenende, denkt immer dran, Zeit ist fließend, kann dafür sorgen, eben, dass ihr euch kennenlernen könnt. Ja, und vielleicht wirkt ihr in dieser Leichtigkeit und, ja, in dem Spaß, der auch mit drin ist, vielleicht auch ein bisschen zu naiv. Ja, man sagt ja auch beim Buben der Kelche, Naivität in Sachen Romantik, in Sachen Liebe. Und, ähm, das könnte natürlich im Nachgang hier auch noch für ein bisschen kleinen Kummer sorgen. Das Ding ist, bildet euch kein Urteil, bevor ihr euch nicht kennengelernt habt. Und das richte ich jetzt wirklich an euch beide. Lernt euch wirklich erstmal kennen, bevor ihr euch, ja, anmaßt, etwas zu sagen, was gar nicht der Realität entspricht, ne. Wie gesagt, Realität und Illusion, ja, ganz wichtiger Faktor hier auf der Seelenreise. Also, jetzt gucken wir hier mal auf die Eulen. Ja, viele Optionen, emotionale Fülle, Fantasie und Schwärmerei, aber auch eben das Wünschen anstatt zu tun, ja. Da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Walzen. Entscheidet man sich jetzt hier für einen Kelch oder lässt man es sein? Und hier liegt auch der glückliche Wendepunkt drin. Letztendlich müsst ihr euch ja auch füreinander entscheiden. Und, ähm, euch tatsächlich auch einen Kelch wählen. Vielleicht ist das auch der, ja, der Schwierigkeitsgrad in der ganzen Angelegenheit, sich füreinander zu entscheiden. Das Ding ist, das Rad des Schicksals ist natürlich der Wendepunkt, der glückliche Wendepunkt steht natürlich auch für Zufälle. Ja, der Zufall will das, dass ihr hier miteinander agiert. Und der Zufall will auch, dass ihr hier mit euren Freunden kommuniziert und, ja, über den kleinen Kummer miteinander spricht. Das Rad des Schicksals ist aber auch ein Neuanfang. Ja, es geht um neue Aufgaben, es geht um neue, ja, um das neue Schicksal. Ne, das, was letztendlich ja hier auch schon wegweisend war. Und dementsprechend kommen hier neue Prüfungen. Glaubensprüfungen. Glaubst du alles, was du denkst? Der Turm, ein wichtiges Ereignis. Der Turm ist auch Befreiung. Man sagt auch, das ist der Blitz Gottes. Ja, ist sehr durchdringend und möchte letztendlich auch eine alte Hülle vollends aufbrechen. So, jetzt haben wir hier schon so einen Blitzeinschlag, ne? Das macht Boom. Im Nachgang den zweiten Blitzeinschlag, Boom. Und da kannst du eigentlich nichts anderes machen, außer aus deiner alten Haut fahren, um dich komplett frei zu entscheiden. Ohne diese negativen Altlasten, die dich eventuell noch zweifeln lassen, ob diese Partnerschaft jetzt das Richtige ist. Und da werden wir wieder beim Faktor Kennenlernen. Erstmal Kennenlernen. Die Kraft. Hier liegt im Frühling die Ungeduld, der Übermut und die Fünf der Schwerter. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall noch Konflikte. Die Fünf der Schwerter, da kann man echt machen, was man möchte. Diese Karte ist überhaupt nicht gut. Wir haben hier Zweideutigkeit liegen, also man ist nicht so ganz festgelegt. Hier sind auch Rückzüge angezeigt und jetzt frage ich mal rein, ist das hier dein Rückzug aufgrund von Unbeherrschbarkeit? Das ist hier dein Rückzug. Die Gerechtigkeit, da muss ich gerade auf meinem Spickzettel losstellen. Alle Karten habe ich noch nicht mit Ja und Nein drauf. Ja, guck mal. Triffst du hier eine absolute Entscheidung. Und die Gerechtigkeit ist wieder das Thema auf Schicksal und Karma. Die Gerechtigkeit ist ja normalerweise auch die nachfolgende Karte vom Rad des Schicksals. Und ja, es geht darum, Verantwortung zu übernehmen, letztendlich auch zu reifen. Ja, es geht um Ursache und Wirkung, Objektivität, die Bilanz ziehen, aber wie gesagt auch Entscheidungen fällen. Und Gerechtigkeit ist auch eine Energie, die eben sagt, ja, hier dürfen, ja, die Intuition, die Inspiration und, wie sagt man, das Unerwartete wirklich genutzt werden. Denn es geht um Balance und die Polaritäten, ja, die Waage. Es möchte alles in Waage gebracht werden. Jetzt ist natürlich die Frage, woher kommt hier diese Unbeherrschbarkeit? Woher kommt die Unbeherrschbarkeit? Obwohl wir hier den Frühling ja eigentlich die Leichtigkeit haben. Bube der Stäbe. Bube der Stäbe. Da ist schon der Flirt und die Abenteuerlust drin. Auch die Niergü. Niergü, die Neugier drin. Wie komme ich da gerade auf Niergü? Die Neugier drin. Aber auch das Beobachten. Ja, ich meine, auch hier ist der Neuanfang gekennzeichnet. Geht es hier vielleicht nicht schnell genug? Möchtest du am liebsten kennenlernen, heiraten, Haus, Kind und fertig? Sofern du noch an sowas denkst. Aber irgendwie ist hier diese Ungeduld drin. Und Selbstzweifel, selbstzerstörerische Handlungen. Rennst du hier vielleicht weg? Rennst du hier weg vor dieser Fülle? Vor dieser Option hast du Angst aufgrund von Blockaden. Guck mal, Fünftermünzen. Du denkst, die Zeit ist noch nicht reif. Du fühlst dich nicht gewertschätzt vielleicht sogar. Fünftermünzen ist immer dieses Selbstreduzieren. Das ist aber auch der Hinweis, du benötigst Hilfe. Und diese Hilfe kannst du nur in einer Partnerschaft bekommen. Angst. Angst ist dein großes Thema. Ich sehe hier überall Angst. Angst sorgt natürlich auch für Selbsttäuschung. Angst ist absolut kein guter Diener. Ganz im Gegenteil. Angst kann dich unglaublich beeinflussen in deinen Entscheidungen, die du triffst. Angst hält dich von der Fülle ab. Angst hält dich davon ab, den nächsten Schritt zu machen. Angst ist eine Energie, die lässt dich auf der Stelle stehen. Angst sorgt nicht dafür, dass du vorwärts gehst. Ganz im Gegenteil. Angst sorgt sogar dafür, dass du zurückweichst. Und nicht vorwärts kommst. Ich lege mal die Karte oben drauf. Gibt es hier noch eine Kehrtwende, liebes Universum? Oh ja, es gibt noch eine Kehrtwende. Also, kein Mensch sagt, dass du hier in diese Partnerschaft gehen musst. Vielleicht ist diese Partnerschaft auch einfach nur da, um dich zu triggern, dich zu piksen. Ja? Im meisten Sinne des Wortes. Weil wir merken erst, wo es pikst, wenn wir jemandem nahe kommen. Ähm, ich habe das schon ein paar Mal in meinen längeren Legungen auch erwähnt. Ähm, ich hatte mal irgendwie noch eine Stecknadel in einem Kleidungsstück drin. Und da habe ich mich immer gewundert, weil so ist es mir nicht aufgefallen. Aber wenn ich so meine Freundin umarmt habe, dann pikste das immer an so einer Stelle. Und ich hatte auch schon ein paar Mal nachgeguckt, konnte aber auch nichts finden. Und, äh, irgendwann habe ich dann nämlich wieder mit einer Freundin getroffen und uns umarmt. Und dann pikste das wieder. Und dann habe ich gesagt, ich so, kannst du mal gucken, irgendwas ist da. Ja, und dann, äh, konnte man so ein bisschen durch das Futter eine Stecknadel noch fühlen. Ja, die saß da drin. Aber genau so ist es, ne? Wir brauchen diese Interaktion im Zwischenmenschlichen, um festzustellen, wo es uns noch pikst. Und Angst ist etwas, was dich hier noch extrem pikst. Auch wenn du hier schon eine gewisse Grundbasis hast. Aber die Basis ist da, um einfach jetzt auch gepikst zu werden. Ich muss es so sagen, wie es ist. Und da ist die Erfüllung von Seelenverträgen auch gekennzeichnet. Das heißt, ihr beiden habt hier einen Seelenvertrag miteinander, um euch zu piksen. Wahrscheinlich auch gegenseitig. Vielleicht habt ihr auch das gleiche Thema. Das gleiche Thema Angst. Und hier mit den drei der Kelchen kann einfach eine Genesung, eine Gesundung stattfinden, um wieder in Erfüllung und Spaß reinzukommen. Hier ist auch der Freundeskreis gekennzeichnet. Der ist auch wichtig. Komm wieder zurück in diese einfache Freude. Das ist der erste Schritt. Und dafür ist diese Begegnung da, dieses wichtige Ereignis da. Ja, wenn es dich jetzt nicht hundertprozentig anspricht, obwohl ja hier der Flirtcharakter draufliegt, hältst du es aber auch eher oberflächlich. Entweder es muss weitergehen oder es geht danach weiter, weil es fällt ja noch der Kelchkönig raus. Was haben wir hier auf der Unterseite? Die Sonne. Ja, vielleicht Richtung Sommer. Dass hier ein bisschen Herzöffnung stattfindet. Ich nenne sie auch gerne Korkenzieher, ja, beziehungsweise leichte Herzaufreißer. So könnte man das auch sagen. Dass die aber einfach nur eine Vorbereitung sind für eine neue Partnerschaft, die dann tendenziell hier im Sommer stattfinden kann. Ja, wo du dich dann auch komplett auf diese Menschen einlassen kannst. Und das ist ja nun mal auch der Gefühlsklärer in Person. Ja, also der kann dich emotional schon richtig durchwirbeln. Aber es ist nun mal der Seelentherapeut. Wenn die Seele heilen will, dann hast du hier die zweite Chance. Die positive Chance. Vielleicht ist das hier auch schon ein Ja mit der Glückskarte. Dann dementsprechend die Reife und die emotionale Reife vor allen Dingen auch zu haben, um dann eine Partnerschaft zu gehen. Vielleicht ist der Kelchkönig aber auch der Münzkönig und die Story geht weiter. Wir wissen es nicht. Ja, alles ist möglich. Ihr lieben Liebenden, für alle die, die noch wach sind, ich wünsche euch gleich eine gute Nacht. Für alle die, die erst am Tag sehen, einen schönen Tag. Und ich denke, ich werde Samstag nach dem Feierabend, ja, da werde ich auch noch mal eine Legung machen. Ja, und Sonntag sehen wir uns ja auch wieder zur Wochenbotschaft auf YouTube. Ihr Lieben, lasst es euch gut gehen. Bis bald. Dankeschön fürs Anschauen, fürs Liken, Kommentieren und fürs kostenlose Abonnieren. Bis bald. Bis bald. Bis bald.